Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem kleinen Video geht es um den Einkaufskommissionär und das gehört in das Gebiet internationale Wirtschaftsbeziehung. Folgende Konstellation, wir haben einen Importeur und wir haben hier den Auslandsmarkt. Und der Importeur importiert nun nicht direkt vom Auslandsmarkt, sondern heißt in dieser Konstellation Kommittent und hier ist der Kommissionär dazwischen geschaltet. Und der Importeur in seiner Funktion als Kommittent gibt nun dem Kommissionär sehr klare Weisungen. Und diese Weisungen sind für den Kommissionär absolut bindend nach 285 HGB. Er macht sich schadensersatzpflichtig, wenn er diesen Weisungen nicht folgt. Und aufgrund dieser Weisungen kauft nun der Kommissionär vom Auslandsmarkt und zwar auf eigenen Namen und fremde Rechnung. Fremde Rechnung heißt, dass letztlich der Kommittent die Rechnung bezahlt. Der Kommissionär tritt mit seinem eigenen Namen auf gegenüber dem Verkäufer, dem Exporteur. Hier auf dem Auslandsmarkt ist das natürlich dann die Figur des Exporteurs. Das heißt, der Exporteur hat keine Ahnung, dass hinter dem Kommissionär ein Kommittent steckt, für dessen Rechnung eigentlich eingekauft wird. Warum macht man das? Warum tritt der Kommissionär mit eigenem Namen auf? Nun, das ist relativ offensichtlich, das ist Tarnung des Kommittenten. Der Kommittent möchte sich tarnen und der Kommissionär hat die Funktion eines Strohmanns. Okay, das war es schon wieder. Schauen Sie unbedingt in meinen Shop. spaßlein-shop.de Video Coachings wird weiter ausgebaut zu allen Gebieten der Betriebswirtschaftslehre und auch der Juristerei. Wertvolle Lernhilfen, effizientes Lernen, endlich verständlich. Schauen Sie rein. Mein Name ist Marius Ebert. Dankeschön. Schnellen from Nr. Die Karte-Shal właśnie im Urheber. Interpretation ist zwar Marius Ebertusber. Vielen Dank.